Luka und Ben erkunden den Ameisenhaufen, eine der neuen Attraktionen im Mitmachpark Kettlerhof. Durchklettern in alle Richtungen und dabei dem Verhalten einer Ameise nachspüren. Der Ameisenhaufen ist nur eine von zahlreichen Aktionsmöglichkeiten auf dem 115.000 Quadratmeter großen Areal. Viele können von Eltern und Kindern gemeinsam benutzt werden. Wir waren schon mal hier, kommen immer wieder gerne hier hin, sind von dem reichhaltigen Angebot immer sehr begeistert. In der schönen Natur, es gibt jedes Jahr was Neues zu bestaunen und zu bespielen. Motorik-Trail, den wir gerade hinter uns gebracht haben, deswegen sehr schweißtreibend. Aber das ist eine sehr schöne Sache, ein sehr schönes Familienerlebnis, wenn man das von Anfang bis Ende macht. Das gefällt mir sehr gut hier. Früher Bauernhof, heute Freizeitpark. Seit 1969 wird der Kettlerhof ständig erweitert. Die Priorität liegt auf Spielanlagen, bei denen die Kinder selbst aktiv werden müssen. Für viele Kinder und Jugendliche das richtige Angebot gegen Bewegungsmangel und Kontaktarmut, so die Eltern. Spielen, sich bewegen, aktiv sein in schöner Natur, das ist das Wichtige. Die Kinder sollen spielerisch die Motorisch schulen. Und so sind unsere Geräte auch aufgebaut, dass man auf ganz verschiedenen Schwierigkeitswegen zum Zielpunkt kommen kann, sodass jeder die Möglichkeit hat, das Ziel zu erreichen und sein Erfolgserlebnis hat. Ja, wir haben eine relativ hohe Dichte in 100 Kilometer Entfernung. Also eine gute Stunde nehmen die Gäste an Fahrzeit in Kauf, zu uns zu kommen. Dann fällt es allerdings deutlich ab. Sicherheit steht bei allen Objekten an erster Stelle. Dafür sind jährlich mehrere hunderttausend Euro nötig. Hinzu kommen die Kosten für die Neubauten. Alles um die Attraktivität zu erhalten und zu steigern. Ja, diese Großanlagen, die wir bauen, liegen so zwischen 400.000 bis zu einer Million. Neu gebaut wurde in diesem Jahr die Anlage schwebende Steine. Über verschiedene Schwierigkeitsgrade klettert man zum Gipfel dieser Anlage. Familie Müller erkundet den Motorik-Trail, eine der beliebtesten Attraktionen im Park. Rund 350.000 bis 400.000 Besucher aus Deutschland und den benachbarten Niederlanden finden jährlich den Weg hierher. Das Parkkonzept kommt an, auch bei Luca und Ben. Ich finde eigentlich das hier am besten, diese Motorik-Trail. Mir gefallen auch die Wasserrutschen am besten und der Motorik-Trail. Besucher sollten ausreichend Zeit mitbringen. Denn ein Tag reicht nicht aus, um alles ausprobieren zu können. Für viele ein Grund zum Wiederkommen.